Sous-titrage ST' 501 Also kannst du kein Andalusia, kein FSP, nix. Ah, wir kaufen uns vielleicht noch ein Pony. Pony! Oder so das hier. Oh, nee, jetzt kommt der, wo der gesagt hat, wie ist der Land wert? Ah, jetzt kann ich dich verstehen, weil so ein Name so schrecklich ist. Das, oder das, wo ich so schnell war und dann über 2 Millionen Star-Kon-Eleks. Das waren 50.000. Ja, dann halt 50.000. Pony, pony, pony. Pony, pony. Das schaut so nördig aus. Benutte Bankschlüssel. Jeder schaut so aus. Jeder Typ, der da arbeitet schaut so aus. Bankschlüssel, hier. Schlüssel dich auf. 110. Ach, vor Gäntern an, komm zu dir. Okay. Äh, weil ich die Quest mache. Oh mein, ich hab ein paar Quests. Oh, ich bin doch da gefallen. Schämt halt vorfach. Ich bin Level 1. Oder wir kaufen uns Englisch, das ist voll gut. Schauen die hübsch? Oh, die schauen übel zu Jaws. Ach, 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 ach. Ja. Die schaut genauso aus wie mein Anfangswerk. Die ist schön. Und schweifen. Und es gibt so... Hoppala. Ich bin da. So ein braunes. Und... Was machst du denn die Englisch? Was ist das? Aha. Oder ein Ponywil. Oder ein Ponywil. Weil ich will das anders für Ditta. Alles gern nur die Neue. Ja, du kannst ja eins aufkaufen. Wie viel kostet Neue? 350. Ja. Seite 4. 4. Uuuuuh. Da hinten. Und die hier vorne? Nein, das sind amerikanische... Endhorts. Genau. Ich find das schön. Das find ich schön. Ja. Wenn wir das uns kaufen. Welches? Das hier. Hey, wo bist du? Du bist auf der falschen Seite. Ich find das schön. Ja, Seite 4. Dann ist Seite 5. Weiß. Ja, Seite 5. Ah! Ah! Du bist der Ponywil. Ich hab so Lust aus. Ich find's schön. Was ist mit den Hüppchen hier? Oh! Wie viel kostet der da hinten? Sind das auch welche? Nein. Mann, die sind bestimmt teuer. Oh, hey. Na, die sind jetzt so schön. Aber das ist eigentlich auch ganz schön. Schön. Welches? Das ist die Brownie. Und hier vorne, die Pferde? Die nicht. Oh Gott! Oh Mann. Das ist ja schön. Guckst du in die Gluccis Augen. Gluccis. Aber die ist so teuer. Aber das ist ab Level 8. Ja. Kann ich mir noch nicht kaufen. Hä, du bist grad verschwunden. Ach, da bist du wieder. Ich schau nach die Brownies. Die Alpen. Die Neuen. Auf welcher Seite sind die Neuen? Die Neuen sind unten beim, auf dem Schiff. Nernst du? Ja, aber die geht's viel schneller. Du musst immer 2 mal auf Ja drücken. Ja. Dass das reagiert. Oh shit, jetzt bin ich schon auf Seite 6. Ha, es ist nochmal. Oh, oh, ich bin schon auf 5. Okay, wir nennen es Pferdkopf. Sweet Mastery. In the Sound of Thoughty. Er ein mega vermögn. Hot Holf. Nei, hot hrönd, flaus. ein fæðus. ein hæðsins jubíl. Das wird Red Bull. Vielleicht geht Red Bull. Ja, Red Bull. Bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Nein! Nein! Was ist hier? Eins, zwei, drei. Nein! Wie viel ist die Konzern jetzt noch? Äh, 120. Deine Dechner. 127, also ich. 120. Ich hab 170. Viel Glück mit deinem neuen Pferd! Man, das nervt. Ich hab noch mal... Alkohlservice. Ich hab noch mal... Unique. Das ist schöner mal. Nö. Okay. Das ist so ne Klappe. Eine Bunker-Klappe. Das ist so ne Klappe. So schnell als ich. Oder bin ich schneller? Ich bin schneller! Ich bin schneller! Ich bin schneller! Guck, wie ich heiß bin. Hallo, Red Schiebel. Oh, der Name ist geil. Ach, Mann. Leggates... Leggates Drift! Hallo! Wie geht es Ihnen? Ne? Wie kommen deine neuen Stahl... Bro, ich war noch nie im Stall drin. Ja, okay! Ah, mein Pferdi! So. In Vital. Schnell, 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 schnell. Ach, das kannst du ja nicht tragen. Ach, ich hab meinen Schrank da. Komm, Start. Wie könnt ihr nicht mehr? Oh, 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 mich hat's raus, mich hat's raus. Bitte nicht. Also, tschüss, ich geh schon mal zum Firework. Ich brauch mein Ladekabel. Weiß ich nicht. Hinter dir. Machst grad ein Video. Ah, ich hab hier meinen Sattel noch. Ah, ich hab noch die alte Maus. Mist. Ah, jetzt... So, jetzt hab ich meine alten Sachen. Ah, jetzt kommt, Bílir. In acht minút nach þín. Ja. 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 Ich kauf mir da noch vor. Ah, ja. Irgendwo. 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 Oh, du bist da. Du bist zurück. Falsch aufgewachsen. Ah, da kannst du gleich Feuerwerk kaufen. Happy New Year. Bei denen ist schon neuste, oder was? Hier hinten. Ja, ich bin. Kommst du? In sechs minuten. Ah, ja. Hallo, hallo. Da, da, da. Du lauter. Schönes Pferd. Wow. Hä? Du musst noch deine Schabracke anziehen. Welche? Können wir genau das gleiche machen? Ich geh nur anfangs vor, Luna. Wo ist hier ein Land? Aber warte lieber, weil das geht schnell weg. Du warnst mich. Okay, okay. Bei drei minuten sag ich dir. Also, ich hab dir eine. Droding. 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 Über alles, das haben wir alles genau gleich. Gleicher Pferdiname. Das heißt Partnerpferd. Was ist das? Wenn man's raus holt. Also, manchmal macht's ein Feuerwerk, wenn man's raus holt. Meine Tochter, wie das sich öffnet. Können wir ohne Helm rumlaufen? Ja, okay. Ist zwar gefährlich, aber... Egal. Es sind so richtige draufgegeben. Wir müssen einen eigenen Club kommen. Von Nostarada Club. Doch, wir stehen jetzt hier so... Nein. Oh, oh, da ist ein... Was ist das? Eine Laterne. Ah, hier bist du. Ah, LOL! Glücklich. Ah, ja. Ausdruck. Glücklich. Ah, ja. Ausdruck. Au, 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 au. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt. Es kommt schon ein Feuerwerk da raus. Ich bin schlecht, wenn's Druck ist. Ich bin schlecht, wenn's Druck ist. Wenn einfach... Wo ist der Druck da? 10, 9, 8, 7, 6... Pass auf, pass auf. Jetzt muss es explodieren. Jetzt, jetzt, jetzt! Oh mein Gott! W잔! Das ist Feinden. Ja. Das ist Feindlich! Untertitelung des ZDF, 2020